Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel vom Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder Dave Lohn, ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Janik an. Dieser hat über den Internet-Karriere-Club geschrieben, welchen er mit 4,4 Sterne gewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Internet-Karriere-Club von Sven Meissner. Erfahrungsbericht. Der Internet-Karriere-Club wurde für Einsteiger gemacht, die sich im Internet ein Einkommen aufbauen wollen. Als Mitglied lernt man bewährte und seriöse Internet-Marketing-Methoden wie Affiliate-Marketing, E-Mail-Marketing sowie Info-Produkt-Marketing. Hinter dem Club steht Sven Meissner, den ich euch gleich noch genauer vorstellen möchte. Ebenso wie die Vorzüge des Internet-Karriere-Clubs. Über Sven Meissner. Sven Meissner ist 2004 tätig im Internet und konnte eine Menge Erfahrungen vor allem im Bereich Marketing sammeln. Nach eigenen Aussagen konnte er bereits Umsätze in Millionenhöhe generieren. Seinen durchschlagenden Erfolg brachte ihm der Verkauf seiner Ratgeber-E-Books, womit er 2005 begonnen hat. Der ehemalige Sozialarbeiter ist Autor unswürdiger Ratgeber, die sich keiner bestimmten thematischen Kategorie zuordnen lassen. Als Hundeliebhaber hat er beispielsweise mehrere Ratgeber zum Thema Hund verfasst, aber auch Bücher, um die Flugangst zu überwinden. Auch das Thema Geldverdienen im Internet hat er häufig in Ratgebern beschrieben. Das sind nur drei konkrete Beispiele, aber es gibt noch viele mehr. Der Internet-Karriere-Club, kurz IKC. Was bekommt man? Der Sinn des IKC ist, dass Anfänger die Möglichkeiten des Internets aufzuzeigen. Wenn man in die Google-Suchleiste im Internet-Geldverdienen eintippt, so wird man überflutet mit Angeboten. Einige davon versprechen fünfstellige Summen in der ersten Woche oder sogar nach den ersten zwei Tagen. Man kann sich vorstellen, dass die meisten nicht seriös sind. Wer aber keine Ahnung hat, der kann darauf schnell reinfallen und hat am Ende seine Zeit vergeudet und im schlechtesten Falle sogar noch Geld verloren. Hier setzt der Internet-Karriere-Club an mit der Idee von Sven Meissner. Den Mitgliedern soll gezeigt werden, welche seriösen und vor allem langfristigen Verdienstmöglichkeiten das Internet bietet. Der Internet-Karriere-Club bietet dafür eine Plattform zum Austausch mit anderen Mitgliedern. In dieser kann man sich und seine Ideen präsentieren und bei anderen Mitgliedern dahingehend Rat suchen. Eine Community ist besonders für Anfänger eine große Hilfestellung. Es sind immer Leute anwesend, die schon mehr Erfahrungen haben und gute Tipps geben können. Man kann sich Anregungen holen, man wird vor Fehlern bewahrt und man kann neue Partner dazugewinnen, die einen bei dem Projekt unterstützen. Genauso kann man natürlich auch selbst auf interessante Ideen stoßen und sich daran beteiligen. Kontakte knüpfen ist die eine Sache, aber die andere Sache ist, man kann auch potenzielle Kunden finden. Wer ein Produkt erstellt hat, kann es selbstverständlich im IKC vorstellen. Der Vorteil ist, dass dort schon ein gewisser Traffic herrscht, sprich es in Leute unterwegs. Die Chance ist hoch, dass sich unter den Gleichgesinnten auch Interessenten für dein Produkt oder Dienstleistung finden. So ist der Club nicht nur eine Plattform, um sich auszutauschen, sondern auch eine zum Verkaufen. Weiterbildung. Am Anfang sagte ich bereits, dass es sich um eine Art Schulung handelt. Sven Meisner hat dafür seinen breiten Erfahrungsschatz zur Verfügung gestellt. Es gibt viele Anleitungen, die einem Schritt für Schritt zeigen, wie man mit seinem eigenen Geschäft im Internet startet und wie man Marketing betreibt. Es werden mehrere Ideen vorgestellt, wie man sie am besten umsetzt. Neben solchen Trainings oder Anleitungen steht auch Sven Meisner selbst zur Verfügung oder das Support-Team, welches man jederzeit kontaktieren kann. Ein weiteres Angebot für Mitglieder ist, dass man sich ein Konzept erstellen lässt. Wenn man bereits Einnahmen einfällt, aber noch nicht zufrieden ist, so kann man einen Überblick an das Team senden. Sie werden sich dann mit einem in Verbindung setzen und Verbesserungsvorstärke und Konzeptideen kommunizieren. Jeden Monat gibt es außerdem noch eine Überraschung, sozusagen als Treuebonus. Meisner will sich auf diese Art bedanken und gibt in der Regel etwas, was gleichwertig mit den regulären Mitgliedschaftskosten ist. Dabei handelt es sich jeden Monat um etwas anderes. Aber häufig ist es etwas, was für die Weiterbildung nützlich ist, in Form von Kursen und Co. Eigene Webseite. Wenn man sich für den IKC entscheidet, dann bekommt man eine Webseite an die Hand. Diese ist natürlich dafür gedacht, dass man sich dort positioniert, zusammen mit seiner Marke, dessen Produkte bzw. Dienstleistungen. Tatsächlich ist es der Fall, dass man die Webseite behalten darf, wenn man den Club verlassen sollte. Meine Internet-Karriere-Club-Erfahrungen. Ich habe schon lange das Vorhaben gehabt, im Internet Geld zu verdienen. Ich bin von Natur aus aber ein sehr skeptischer Mensch und daher habe ich mich an die meisten Quellen nicht herangetraut. Nach vielen Recherchen bin ich öfter mal auf den Namen Sven Meisner gestoßen. Ich habe mir seine Arbeit angeschaut und war davon eigentlich ganz angetan. Der Mann ist viel um die Welt gekommen, arbeitet ortsunabhängig und lässt es sich gut gehen. Davon träumen wir doch alle, oder? Anstelle aber eines seiner Ratgeberprodukte zu kaufen, habe ich den Internet-Karriere-Club gefunden. Der Gedanke dahinter, der Leistungsumfang und die Personen haben mich angesprochen und zudem kosten die ersten 30 Tage nur 1€. Mit einem so geringen Einsatz hat man noch nicht wirklich etwas zu verlieren. Dieses Angebot gilt übrigens immer noch. Nach der Anmeldung und der Überweisung bekommt man Zugang zum geschützten Mitgliederbereich. Dort wartet dann eine andere Welt auf einen. Zumindest kam es mir so vor. Ich wusste zu Anfang nicht so recht, wo ich anfangen und wo ich aufhören sollte. Was mir aber gleich positiv aufgefallen ist, die Sache ist zu 100% seriös. Sicher, der Mann hat sich über die Jahre eine Reputation aufgebaut, die würde er niemals mit dubiosen Angeboten aufs Spiel setzen. Es sind keine schnell Reichwertmaschen dabei. Alles hat Hand und Fuß und ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Die Anleitungen und Kurse sind alle sehr detailliert und dementsprechend gut erklärt. Als Einsteiger konnte ich alles nachvollziehen und hatte danach das Gefühl, es auch tatsächlich umsetzen zu können. Man braucht selbst nur noch eine Idee, die Motivation und die Zeit. Die Community kann schon für große Teile dafür sorgen, dass man die nötige Motivation hat. Mittlerweile sind dort eben nicht nur noch Anfänger unterwegs. Es gibt Erfolgsgeschichten, die mit dem Internetkarriereclub entstanden sind. Sich diese anzuhören ist so motivierend und inspirierend, dass man am liebsten sofort loslegen möchte. Mein Fazit lautet, schaut euch den Testmonat für einen Euro unbedingt an. Erst wenn man Teil davon ist, erkennt man den vollen Umfang des Clubs und was er bietet. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de